Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Gäste, Bahnwerk Everswalde und wieder einmal, hätten Sie uns gefragt, wir hätten mit Ihnen tatsächlich geredet, stellen Sie sich das vor, aber wie so üblich lassen Sie uns außen vor und dann müssen wir hier unsere eigene Suppe kochen. Dummerweise reden wir hier über Menschen, über ein Bahnwerk und wir reden über eine Region, die von diesem Bahnwerk lebt und deswegen sollten wir mit einer Stimme sprechen, aber gut, wollen wir nicht, wollen Sie nicht. Standort Everswalde sichern, Bahnwerk nicht aufgeben. Ich will konkret werden, ein Jahr Hinhaltetaktik. Die Landesregierung begleitet die Schließungsabsichten der Deutschen Bahn für das Bahnwerk Everswalde seit Oktober 2014. Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet. Als Alternative zur Schließung hat die Belegschaft ein Konzept vorgelegt, welches auch von der Landesregierung als tragfähig angesehen wurde. Das Land hat die Absicht bekundet, sich mit Fördermitteln zu engagieren. Seit Oktober nun liegt ein Angebot eines privaten Investors zum Erwerb des Werkes vor. Hierzu hat sich die Deutsche Bahn leider bisher nicht geäußert. Kürzlich hat sich Herr Ministerpräsident Woidke, danke nochmal, an die Bundesregierung gewandt mit der Bitte, die Bundesregierung als Eigner der Deutschen Bahn möchte entsprechenden Einfluss nehmen. Doch auch diese Bemühungen haben sich bisher nicht ausgezahlt. Nun liegt ein überraschendes Angebot der Deutschen Bahn an das Land Brandenburg auf dem Tisch. Die Übernahme durchs Land könnte für einen Euro realisiert werden. Wirtschaftsminister Gerber sagt ganz richtig, dass das Land kein Bahnwerk betreiben könne. Und Herr Minister Gerber, das glauben wir Ihnen aufs Wort. Das Land könne aber, so der Minister, als Mittler fungieren, um dem Betrieb an Unternehmen zu geben, die etwas davon verstünden. Und das glaube ich ihm auch. Warum denn aber nicht gleich an einen Investor veräußern? Die Frage müsste man der Deutschen Bahn stellen. Aber vielleicht wäre das ja im Zuge der Gespräche mit der Bundesregierung nochmal möglich. In unseren Augen kommt dem Staat die Aufgabe zu, die Rahmenbedingungen für die soziale Marktwirtschaft zu setzen und sich als wirtschaftlichen Akteur zurückzuhalten. So ist die Übernahme eines Unternehmens für ihn grundsätzlich kein zielführender Weg, Marktprozesse zu begleiten. Nun sehen wir die Region Barnum im Norden unseres Landes, eine strukturschwache Region mit rein marktwirtschaftlichen Prozessen, werden wir die Menschen dort nicht mit ausreichenden Arbeitsplätzen versorgen können. Das ist uns klar. Und es gibt durchaus Fälle, in denen Markteingriffe sinnvoll sind. Diese Markteingriffe beherbergen aber immer die Gefahr, wie Sie schon sagten, Herr Bartels, Präzedenzfälle zu schaffen. Und das sollte vermieden werden. Und vergessen wir nicht, ein Engagement des Landes ist immer mit dem Einsatz von Steuergeldern verbunden. Und deshalb ist ein sorgfältiges Abwägen aller Aspekte notwendig. Und eine Abwägung ist in diesem Fall dringend geboten. Es geht um 350 Arbeitsplätze, es geht um einen wichtigen Standort und einen der größten Arbeitgeber in der Stadt. Nach allem, was ich gehört habe, liegt auch ein lebensfähiges Konzept der Arbeitsgruppe vor. In dieser Arbeitsgruppe haben die Deutsche Bahn Vertreter der Erwerksleitung und der Belegschaft, die Gewerkschaft sowie kommunale Vertreter mitgewirkt. Und darüber hinaus gibt es offenkundig zwei Kaufinteressenten. Das Land hat seine Unterstützung in Form von Investitionsförderung und Fachkräftequalifizierung zugesagt. Warum denn die Deutsche Bahn erst nach über einem Jahr mit einem fraglichen Angebot an das Land herantritt, darüber kann man tatsächlich nur spekulieren. Man spricht von Marktbereinigung, das Angebot sei vergiftet oder aber es wäre nicht ernst gemeint. Das darf uns aber nicht davon abhalten, alle Optionen zum Erhalt der Arbeitsplätze zu prüfen. Denn das sind wir den Menschen in Everswalde schuldig. Und vor diesem Hintergrund fordern wir die Landesregierung auf, den Vorschlag der Bahn tatsächlich zu prüfen. Denn ein verantwortungsbewusster Kaufmann fällt keine weitreichenden Entscheidungen ohne Prüfung. Und diese Prüfung muss zwingend beinhalten, dass eine Übernahme, eine mögliche Übernahme, juristisch grundsätzlich möglich wäre. Dass es tatsächliche Kaufinteressenten gibt. Dass das Konzept des Kaufinteressenten belastbar, langfristig, nachhaltig, tragfähig ist. Und dass das Land nicht als Betreiber über einen längeren Zeitraum einspringen muss. Und dass der Steuerzahler nicht unverhältnismäßig belastet wird. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann wäre ein staatlicher Eingriff immer noch ordnungspolitisch bedenklich. Aber ich denke, in der Verantwortung für die Menschen vor Ort könnten wir diesen rein theoretisch noch mittragen. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.